Hallo liebe Freunde, heute wollte ich euch mal erklären, wie Atlas Reactor im Groben funktioniert. Die meisten von euch haben vielleicht schon mal einen meiner Videos geschaut auf meinem Kanal und haben dann die Basisfunktion schon verstanden, aber ich wollte es noch mal kurz für alle erklären, die es vielleicht noch nicht gesehen haben und sich für das Spiel interessieren könnten. Also kommen wir zu den Basics. Das Spiel ist ein 4 gegen 4 heldenbasiertes Rundenstrategie Spiel. Jeder Held hat 4 Fähigkeiten und eine Ultimate Fähigkeit. Es gibt allerdings abgesehen davon keine Minions oder irgendwelche anderen Ablenkungen. Es sind nur 4 Spieler auf der einen Seite, 4 Spieler auf der anderen Seite, jeder mit seinem Held und auf geht's in einer kleinen Arena gegeneinander. Dabei werden sämtliche Aktionen laut Regelwerk gleichzeitig ausgeführt. Allerdings werden bei 2 von 4 Phasen die Animationen nacheinander ausgeführt, um einfach zu zeigen, was eigentlich passiert, damit die Leute verstehen, wer was gemacht hat. Damit sind wir schon bei den Phasen. Es gibt 4 Phasen, die Preparing oder Vorbereitungsphase, in der sämtliche Heilungen, Schilde und Fallen aufgebaut werden oder ausgelöst werden. Dann gibt's die Dash-Phase oder Ausweichenphase, in der halt, wie der Name schon sagt, ausgewichen werden kann. Dann gibt's die Blast-Phase, das ist die 3. Phase, in der typischerweise die meisten Angriffe fallen. Und dann gibt's die Move-Phase, in der halt ganz normal gelaufen wird. Die Besonderheiten dabei sind, dass gleichzeitige Dashen in der 2. Phase vor Schaden in dieser Phase schützt, da es auch Fähigkeiten gibt, die Schaden zufügen können. Und dann kommen wir nochmal kurz zu den Katalysten. Das ist nämlich so eine kleine Ergänzung zu den Heldenfähigkeiten, den 5, die wir haben. Die sind einmalig pro Match, sind auch Fähigkeiten, die ich anstatt der Heldenfähigkeit benutzen kann. Und einmalig pro Phase. Das bedeutet, sie können halt Schwachstellen ausgleichen, wie zum Beispiel ein Nix, der keine Ausweichenfähigkeit hat. Oder sie können halt auch die Fähigkeiten verstärken, indem man zum Beispiel seinen Schaden erhöht und dann nochmal richtig seine Ulti rausklatscht. So, das waren dann schon die Basics eigentlich ganz einfach zu verstehen. Ich hoffe, das hilft euch jetzt ein bisschen zu verstehen, was in meinen Videos passiert. Und ich werde demnächst bestimmt noch ein bisschen tiefgründiger darauf eingehen, was für Taktiken und Besonderheiten Atlas Rejector noch aufweist. Danke fürs Zuschauen und bis bald! Ich habe auch fast so viel Damage gefressen wie Bennet. Ist auch nice. Musik Musik Vielen Dank.